Die Rhein Energie ist der Versorger in Köln und um Köln und nicht nur Versorger, sondern auch der Umsorger für die Menschen hier in der Region. Bei der Energiedatenvisualisierung geht es eigentlich darum, dass wir die neueste Zählertechnik einbauen. Da sind Funkmodule verbaut, die den Energieverbrauch automatisch an uns übermitteln und von da können wir die Daten aufbereiten und für den Kunden zur Verfügung stellen. Das sehen wir jetzt einfach mal hier beispielsweise in einem derartigen Portal, wo der Kunde oder ob es jetzt der Privatkunde ist oder der Geschäftsmann seine Energiedaten sich anschauen kann, analysieren kann und wir geben ihm natürlich dann auch auf Basis dieser Daten Handlungsempfehlungen, wie er denn seinen Energieverbrauch optimieren kann. Von der Energiedatenvisualisierung werden wir bei der Rhein Energie auch bis auf das einzelne Gerät runtergehen. Dabei geht es nicht nur um den Energieverbrauch an sich, sondern auch um das steuern. Wenn wir zum Beispiel mal hier hinten in das Büro gehen, dann haben wir eine Oberfläche, über die wir mit unserem Tablet Lampen einfach ein- und ausschalten können, wie jetzt zum Beispiel diese Bürolampe hier und wir können auch die Energiedaten von dieser Lampe erfassen und dem Nutzer dann darstellen und nicht nur natürlich bei Lampen, sondern auch bei Fernsehern. Das geht ganz einfach mit unserer App, denn man kann hier einfach den Energieverbrauch von dem Fernseher sehen. Man kann ihn auch etwas analysieren, indem man sich eine genauere Detailanalyse aufruft von dem Stromverbrauch von dem Gerät und so sieht man über die letzten 36 Stunden tatsächlich, wie viel hat mein Gerät eigentlich verbraucht und wo habe ich es vielleicht angelassen, wo es eigentlich hätte gar nicht sein müssen. Zu guter Letzt können wir natürlich auch den Fernseher, nicht nur das Licht, ganz einfach per Knopfdruck ausschalten. Ja und gerade im Winter, wir sehen gerade, es ist kalt und wir sind ja im Januar gerade auf der AMM 2016 hier in Köln und wir wissen, dass das Thema Energiesparen gerade bei der Heizung ordentlich Musik bringt. Also jeder eingesparte Grad im Jahr bringt uns 6% Einsparungen bei den Energiekosten und auch die können wir über unsere App Rhein Energie Smart Home total im Griff. Das heißt also, ich habe eine Heizkörpersteuerung, bei der ich mir jeden beliebigen Heizkörper im Raum einfach auf Knopfdruck aufrufen kann und über einen Fingerwisch habe ich die Temperatur in meinem Raum total im Griff. Und das nicht nur in Echtzeit, sondern ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir intelligente Zeitpläne vorzulegen. Ich kann automatisch, wenn das Fenster öffnet, die Heizung runterfahren. Das heißt also, das System kann mir dabei helfen, tatsächlich Kosten einzusparen und Energie zu sparen an der Stelle.